so jetzt nämlich auch mal auf schön aufnehmen so bitte was wenn ich jetzt auf wenn ich jetzt auf multiplayer gehe und dann walker ist heute mache ich habe da jetzt mal auf quitt weil vielleicht war ich noch in so einem match drin ja warte mal ich gehe komplett raus ich bin jetzt beim startmenü ja warte mal der lebt bei mir gerade noch ja ich bin ja auch im startmenü genau multiplayer genau so ja jetzt geht's jetzt das wollte ich doch haben doch was gut gemacht also ich kann dir schon mal sagen wenn du nicht im 88 team ist es extrem schwer was nicht okay ja sehen wir dann wenn dein team nicht begreift dass du also muss diese funkstationen einnehmen und verteidigen und wenn dein team das nicht begreift und du da alleine stehst du bist ganz schnell tot die tie fighter lassen sich kacke steuern okay die x-wings lassen sich richtig geil steuern nach der scheiße friends on the server da ist kein friend da doch bist aber okay mit startet was gibt ach orbital strike ich hätte fast davor getötet ich liebe diese musik wie so episch ach komm alter was ist denn da ach leute das ist ja richtig schlecht und das ist ja richtig schmerzen oder die rüber weißt du wo ich gespawnt bin ist wo ich gespawnt bin oder den gegnern total lächerlich mitten in den gegnern ja ich spiele ich mich so von der link von links glaube ich ein bisschen an ob wir gut zwei kamen auch klar nach unser team ist doch wieder so schlecht alter es wird die waffe heißt die welt das erste muss aktiviert werden das müssen alle sind in your face und einer kommt so ein großer wie heißt diese auf zwei beiden ja super wenn ich mal allein vor so einem scheiße walker stehe da machst du nix mehr ja ich wechsle mal zwischen scharfschützen und einem normalen blaster wie kannst du dann wechseln ach so blaster ja ich hab den blaster partner start ja ich hab's halt gemerkt da unten ist auch noch einer hinter dem stein wo denn von links wo denn von links ja der walker ist ja der walker ist achso boah wie hält denn der aus extrem viel bei dem sagen ja ich hab's gebunden 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 boah von links kommt auch noch was alter von allen seiten ja unser team ist halt schlecht oh scheiße okay ich glaub ich nicht ein ding haben die gesichert nicht ein einziges und auch mal auf das äh blaster ne wie kann ich denn kann ich denn die waffen wechseln irgendwie wenn ich blaster hab da sehe ich schon nur ne kannst du nicht wechseln du hast nur eine waffe okay und in der beta jetzt oder solange du nur eine freigeschaltet hast bitte was nur in der beta oder muss ich die mir freischalten ne du kannst wenn du wie du spawnst da kannst du die waffen auswählen ja ja aber da hab ich nur eine ah die greift die dings an die äh die äh die äh den großen den großen da ja warte mal kann man ja was überhaupt was machen ja normalerweise sagen die äh also du hast dann halt so firepower auf den konzentrieren aber die haben halt ein Schild das bringt sich halt ein Schild jawoll schön mit der granate hab ich ein gekillt nice ach von hinten ich bin so ey von hinten okay was kann denn unser Team was kann denn unser Team sag an von wo dann äh ja ich bin schon links ja jetzt mal die andere Richtung obwohl ne ich renne zu dem Ding was wir aktivieren müssen dann müssen wir ja hin ja ich guck mal dass ich den von hinten da krieg weil der ist da nice der ist down der ist auch down ah was der war kurz ach ja genau der ATLT kill für mich ach weg mich doch alter der ist doch scheiße das finde ich echt kacke dass das so anders ist ah shit ey warum sind wir von hinten sind warum spawnen denn da so viele von hinten wo ist denn da werde ich will auch den mal wüssten wissen gehen das ist ja nirgends wo wo ist denn da weiter jetzt mal ohne müsste da findet man den dann auch der rente immer auf dem Feld herum ja kannst du ja auch als menschen typ spielen das Ja, aber wenn du Killstreak hast von 10 oder 15 oder so. Okay. Ich bin ja irgendwo in einem Gebäude jetzt drin gewesen. Ah, nice. Ich hab ihn auch noch gekriegt. Ich hab auch noch was bekommen. Wieso können die fliegen und können wir das auch machen, wenn wir springen? Ja, hier sind so, hier sind so, hier sind so komische blaue Marken. Wie kannst du die einsammeln mit E? Nee, einfach hingehen. Einfach rüberrappen. Wie heißen die großen Dinger? Welche? Die kleinen heißen Walker und die großen mit vier Beinen. IT heißen. Ach nee, IT, okay. Boah, ich fliege jetzt hier mal ein bisschen. Mal zum Flieger. Alter. Nickel damage, cool. Boah, was war das? Wie konnten wir da reinschießen? Wir sind noch hier in einem Schutzschild drin. Boah, der Peter ist aber cool, den wir nicht haben, ja. Da starten. Achso, die AT-ATs haben, äh, also wenn du mit so'n... Über, von hinten, von hinten, von hinten. Ich glaub, da hinten ist nix mehr. Yeah, cool, Luke. Luke Skywalker. Ja, ich hab' den Flieger runtergeholt. Weiß ja nicht, warum ich jetzt eben so beschossen würde. Boah. Da, 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 da. fatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat das ist doch scheiße. Wie kann der denn, der TIE Fighter ist doch voll scheiße wenn fliegt. Kann der denn? Oh mein Gott. Scheiße, Mann. Hast du mit dem TIE Fighter kannst du gar keine Wende machen? Mhm, okay. Mit dem, was ich hatte, konntest du vor dem Wende machen. Trotzdem tue ich dir nicht. Das ist noch ein bisschen leckerlich. Oh fuck, 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 fuck. Fast selbst getötet. Oh ja, okay. Ach, scheiße. Shit! Wo ist denn der Pillow? Links wo? Ja doch. Guck mal. Guck mal. Ist bei uns. Sehr gut. Was? Oh mein Gott. Was war denn das? Ich war doch schon, der war doch schon längst an der Wand. Alter, wirst du mich verarschen. Oh, beschissen, Alter. Das ist doch beschissen. Das ist doch beschissen. Ich muss aber grad nochmal die Sounds ein bisschen runtertränen. So. Habe ich dich. Oh mein Gott, bin ja voll auf dem freien Feld. Scheiße. Scheiße. Und dann auch noch von so einem scheiß Geschützturm. Kannst du dich auch reinhocken, oder? das? Dann lass mir so eine Rüstung nehmen. Ach cool. Jetzt kannst du, ich will sagen. Cool. Wie fliegst du so ein Ding? So ein kleines? Oh mein Gott. Ach. Willst du mich verarschen, oder was? Ich bin doch schon 10 Meter davon weg. So. Ach. So. Schuss. Sky. Äh. Die Fenden muss da einfach noch stehen bleiben. Was? Ne. Ich hab so ein... So ein... Äh. Wie heißen denn die... Die... Äh. Die... Oh mein Gott. Diese Flugdinger. Ähm. Nicht die X-Wings, sondern die anderen. Nein. Das ist High Fighter. Nein. Du meinst die mit den Links-Rechts-Flügeln? Ja genau. Mit diesen Klappen, da die dann immer aufgehen, wenn der Links-Rechts fliegt. Ja, High Fighter. Genau. Ach so, ne. Das sind die Dinger, die, äh... Die können so das Seile schleudern. Damit die, äh... AT-ATs, äh... Aber ich hab hier grad echt ein Problem. Ja, ich auch. Die Pistole. Ich bin am Rauchen. Ich seh überhaupt, das Flach fällt nicht mehr, mal davon abgesehen. Auch nicht bin tot. Weil ich so einen kleinen, äh... Tie-Enceptor hinter mir hatte. Ey, das ist doch unfair, Mann. Das ist so unfair. Du hast auch nichts, um dich zu verteidigen. Du hast keine Raketen, einfach gar nichts, weißt du? Die großen, meins ist mit dem, äh... Ja, nice. Ja, nice. Da hinten ist da, werde ich sehen. Ja, nicht direkt anschließen, ne, ne. Die Schüsse kommen direkt auf dich zurück. Egal, was er macht, was du machst? Also... Ja, aber selbst schon mal da, wer da gespielt? Ja, genau. Äh, nee, aber der ist ja nicht so, was du hast. Der kann halt... Der braucht einfach nur einen Klopf drücken und dann wird er automatisch alle Schüsse... Crazy. Ja, ich finde das scheiße, sowas. Weil, guck mal... Wo ist denn das dann Balance, weißt du? Wenn dann einer mal sieben Killstreaks hat, weil er am Kämpfen ist. Was ist das hier für ein Ding? Oh, okay. Hups! Hast du die Granate da geworfen? Ja, ich wollte wissen, was das ist. Aber jetzt weiß ich... Ah, guck mal, jetzt ist der Verwund war das. Ja. Oh mein Gott. Okay, ich wurde... Ah, ja, natürlich. Von dem anderen. Von rechts, von dem Großen. Defeat. Ja, war ja klar. So klar. Warte. Haben die anderen einen Vorteil eigentlich? Ja, na klar. Weil wir haben ja... Wir haben ja so ein Ding dann nicht, ne? Eigentlich. Ja, na eben. Wir haben auch keine Raketenwerfer oder sonst was. Musst du die auf dem Schlachtfeld suchen. Das finde ich ja scheiße, ne? Na, die Großen können ja von mir aus da ihre Schutzschilder haben. Mhm. Aber du kannst ja auch noch nicht mal die Kleinen davon töten. Das finde ich ja scheiße. Du hast halt, wenn du nicht bei den RT-RT-Ideen bist, das ist doch eigentlich voll den Nachteil, aber extrem. Mhm. Das wechselt sich zweimal wieder, aber trotzdem. Naja, das ist irgendwie lächerlich. Uh, was hab ich denn da alles anloggt? Ach, die kann nicht erst ab 400? Ich hab doch aber 450. Available at Rank 4. Welches Rank bist du? 5. Mehr höher geht nicht. In der Beta geht nicht höher. Mhm. Okay. Es gibt Partnerstart. Machst du das jetzt eben? Boah, haben die für krasse Waffen, ey. Pam, 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 pam. Ich hab'n Walker. Wo sind da kleine Ausweiser hin? Wo sind die? Ja. Komm'n bei Fuß. Ja, der hat halt nicht. Y-Wing hat Targeting Lock on our Walker. Stirb halt nicht! Ey, das ist doch ein Witz. Das ist ein Witz. Hast du jetzt mit dem Walker nichts hingekriegt, oder? Hä? Hast du mit dem Walker jetzt nichts hingekriegt, oder? Ja, nicht nur das, aber... Die sterben auch nicht. Ich hab' denen ganzes Mal unterziehen quasi. Also eine ganze Ladung, äh... Munition reingejagt, nur mit Stiftchen. Okay, hier ist jetzt keiner mehr. Na klar doch! Natürlich! Ich schieße was du da machen. Scheiße, Mann! Das ist doch gerade richtig scheiße. War doch eben schon wieder einer, oder? Hehe. Ach komm, Alter, der ist hinter der Mauer und schießt mich durch die Mauer ab. Genau, durch die Mauer schießt er mich ab. Ich hab noch nicht einen gekillt, weißt du? Das ist total lächerlich. Hey, ist unter. Yo. Luke? Oh mein Gott, da ist Luke. Luke gesehen, nicht gut. Oh ja, scheiße ey. Also Luke ist echt übel. Mach da einmal seinen Schwertschwung und dann bist du tot ey. Den kann ich auch mit der Macht festhalten. Ja? Boah, so regelt's ja, äh, hakelt's ja nur so an. Boah, verfolgt er mich jetzt oder was? Sind das? Wo kam denn die Granate jetzt hier? Ja. Ich glaube, Luke Skywalker verfolgt mich. Guck mal auf den Berg drauf, der kleine Wichse. Bin da hochgekommen. Was? Und wo das denn? Ich würd gern so ne... Hä? Schade. Wieso konnte ich jetzt... Ich konnte jetzt nicht mal einen TIE Fighter starten, auch geil, ne? Wir müssen gucken, die kommen von hinten. Fick dich doch! Ach man, Alter, das ist doch scheiße, ey. Du ballerst ein ganzes Magazin in die Fresse und der stirbt halt einfach nicht. Yeah, nice. Ich hab auch so einen jetzt. Gucken, wie die sich das schon einlassen. Ich kann grad ausrasten, ey. Schon das fünfte Mal, dass ich ihm fünfmal in den Kopf schieße und der trotzdem noch dann fünf Leben hat oder so. Und ich werd dann trotzdem getötet. Das ist doch kacke, Mann. Das soll ich... Shut it down, just stop a Y-Wing-Bomber attack. Rebel-Uplink is offline. Proceeded order. Boah, die Kanata hab ich auch gut platziert. Hab mich selbst umgebracht, ja geil. Super. Ach, das ist doch scheiße, Mann. Boah, ich hab nicht einen mit dem Walker, hab nicht einen gekillt. Ey, was ist denn das? Ja, sonst, ja, schön. Okay. Vielleicht ist das echt immer so teamabhängig, ohne mich. Stirn. Fuck. Nice, der ist down. Ich pass die Mauslands-DVD, die wir müssen runterstellen. Ich glaub, die ist ein bisschen übel. Gross. So. Ah, ich seh dich doch auch. Haha, da und bist du. Boah, ja, da geh ich einfach aus meinem Versteck raus. Ich treffe nicht. Ach, fick dich, du Drecksbastard, Alter. Ganz ehrlich, ey. Ganz ehrlich. Wenn du sehen würdest, was bei mir abgeht gerade. Ist hinterm Felsen, bewegt sich nicht ein Millimeter. Ich zieh auf seinen Kopf. Mach Einzelschüsschen. Und treffe nicht. Und jetzt gerade, jetzt gerade zieh ich mir der Sniper daneben. Und triffst, oder? Was ist denn das? Was soll denn der Scheiß? Au, 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 au. Verdammt. Ich muss auch hier verpackt spielen, damit ich. Er ist halt nur eine Beta. Ja, selbst für eine Beta würde man wenigstens das hinkriegen, was man nötig ist. Boah, oben auf dem Berg. Achtung, da ist oben auf dem Berg einer. Ja, der ist ja. Ja, ja, ich hab eben auch schon drauf geschossen, aber. Aber jetzt seh ich halt nix, weil er auch ist. Ach, Mann, das gibt's doch nicht. Was hat er denn für ne Waffe da oben? Der macht ja One-One-Hits, oder was? Ja, du kannst n' Sniper nennen. Komm, Schluss. Komm, Granate, komm, Granate, komm, Granate. Hoppa. Ja, was denn das von vorne ist, oder wie? Ja, das gibt's doch nicht. Könnt ihr da nicht mal oben den Scheiß-Wichser da oben töten? Der geht mir jetzt echt ein bisschen auf die Nerven. Ist ja so schwer. Ja, da ist so ein anderes Team-Ein, ein anderes Team-Ein von mir und... Ach, komm. Ey, du bist doch so ein Penner, Junge. Ohne Witz, sieht, dass ich da stehe. Ja, ich kann mich nicht wehren, weil ich da eh gedrückt halten muss. Ja, wir helfen dir nicht. Geil. Ja, ey. Ach, komm, zeig dich, du kleiner Bastard, da oben. Ich bin genau im Visier. Komm, zeig dich. Oder bist du tot? Komm, Schild. Ist in, im Lager, in der Halle, äh, sind da welche? Ja, da sind voll viele, da ist ja auch so ein Teil. Boah. Ich glaube, dieses, äh... Woher? Ach, ja, genau. Ja, genau. Er kann mich genau treffen, wo ich zwischen den Beinen von... Du kannst mir doch nicht sagen, das nicht. Na, ganz ehrlich. Ich bin... ...gedeckt gewesen. Ja, ähm... Ach, komm, ey, unser Team ist scheiße. Kannst du nicht sagen, unser Team ist krass. Ja, besonders sollten wir da oben mal diesen... ...Idiot. Warum diesen Idioten auf dem, auf dem Berg, ich darf der jetzt hoch, ich will den jetzt killen. Das gibt mir natürlich auch einen Sack. Kannst du nicht hochlaufen, du musst du so einen Chat weg. Oder eine Granate hoch, wir haben da welche nur hinten angekillt. Geil, unser AT-AT hat nur noch 25% Energie. Wie, 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 wie kriegt man, kriegt man in einem Match nur einen, oder? Das ist natürlich nicht sehr gut. Ne, zwei, aber... ...weil ich wenn einer davon... Warum... Du spawnst und bist direkt fast tot, ey. Boah, Luke Skywalker, Luke Skywalker! Luke Skywalker! Na klar, er kann durchs Schild laufen. Ey, ich finde, ich finde dieses Prinzip... Ich finde dieses Prinzip kacke, dass du, wenn du mehr Kills hast, einfach auch... ...einfach auch... ...einfach mehr, dass du... ...Gegner kriegst. Also, weißt du, was ich meine? Hahaha. Ja, 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 wo, 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 wo? Ja, ey, ganz ehrlich, ich hab drei Teammates bei mir und die helfen mir nicht.